Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und zwar ist das hier ein ganz kurzes Video. Ich werde euch zeigen, wie die schnellste Glock, die man in Minecraft bauen kann, bauen kann. Ähm, jo. Erstmal brauchen wir einen Kooperator und drei Redstone hier. Dann müssen wir hier einmal draufdrücken. Dann haben wir den Musikleiter. So. So, müssen wir hier draufdrücken, damit das angeht. Und dann brauchen wir halt einen Input, wo ein Signal reinkommt und ein Output, wo ein Signal rauskommt. Können wir mal einen Spender reinbauen. Und wenn wir es anmachen, sehen wir, kommen extrem viele Pfeile raus. Ich habe jetzt hier mal zum Vergleich einen anderen daneben gebaut. Die normale Glock, also hier geht ein Signal rein. Geht hier neben den Dispenser. Der 8 Grad Spisten, der fährt aus, dass ich dann wieder kürze. Das geht dann halt über so weiter. Das hat auch eine Glock. Können wir mal zum Vergleich, wie viele sind hier drin. Nehmen wir mal 26. Hier auch mal 26 rein. Jetzt mal zum Vergleich, welche Schleiter leer ist. Das sind beides die schnellsten Glocks, die es gibt. Also es geht auch noch da zwischen den beiden irgendwas, aber die sind sehr kompliziert. So hier. Also sieht es rechts auch mehr aus. Und wir sehen, jetzt das leer und da geht es auch raus. Jetzt bleibt es so. Da geht es auf einen kleinen Pfeil-Soundbug. Also das würde ich dann sagen, als würden immer noch Pfeile rauskommen. Das ist ein kleiner Bug, weil da so extrem viele Pfeile rauskommen. Und ja, das war es. Also so geht das. Und das ist halt auch schneller. Man kann auch einfach andere Sachen dran machen. Das ist halt recht prima. Ist auch viel schneller als alle anderen Glocks. Und ja. Wenn euch das Video hier gefallen hat, dann macht bitte einen Daumen hoch, damit ich weiß, dass es euch gefallen hat. Kommentiert, falls ihr noch Fragen habt. Oder falls ihr das Video einfach gut fandet, schreibt es in die Kommentare. Und dahin tut ein bisschen spinnen, Alter. Ja. Und jetzt würde ich sagen, bis zum anderen Video. Bye.